Moin Moin und damit Willkommen zurück zu Super Mario RPG des Starlight Worlds. Wo wir nun im letzten Part uns hier schon ein bisschen umgesehen haben, habe ich dann offscreen bzw. bin ich da mal zurückgegangen in den Raum mit den ganzen Sterndingern, wo es halt immer wieder dunkel wird und habe diese Kombi dort ebenfalls mal eingegeben mit Gelb, Rot, Blau und Grün. Und tatsächlich hat sich dann eine weitere Tür für uns geöffnet. Nur wo die ist, das weiß ich tatsächlich nicht, weil hinter mir war sie jedenfalls nicht. Also muss sie irgendwo vor uns sein. Na, machen wir mal weiter hier. Ja, aha, das ist sie. Genau die Tür hat sich dadurch geöffnet. Und das beschert uns Pretty Lucky M. Coole Sache. Also wer will, kann sich das dann gern ebenfalls holen. So, schauen wir mal. Oh. Mario and the Great Gonzales have apparently found a dead end. But you all know, like I know, things are never that simple. Look out, dudes. Achso, genau. Und ich habe die zwei mal von Level 27 auf Level 31 hochgelevelt. Weil das, was jetzt hier kommt, damit hatte ich tatsächlich ein bisschen Probleme gehabt. Und ich hoffe, dass es so jetzt besser laufen wird. Auch habe ich ein bisschen die Ausrüstung verändert. Und ich hoffe, dass es so gut ist. Und ich hoffe, dass es so gut ist. Und ich hoffe, dass es so gut ist. The QT Crushers are all here and ready to throw down. We thought spring it. The better or better tournament of battling is not the better or better tournament of battling with us. Let's kick Shell. What? I do not know him. We are not related. First of all, that's no five years ago. Who even says that anymore? Well, second, they don't have even have shells. We do. So, what shell is being kicked? I was just thinking. No, that's your problem. You don't think? Like, I can't even look at you right now. No hashtag can express how I feel. Hashtag inexpressible ammo. I'm not as young as I use it to be so. My bad. If I say it wrong, but this is Toad's Ox. Right? So, what happened to the music? Can we get that back? Change the mood a little? Let's go! Like we were saying, we're gonna bring home the battle crystal, whether you like it or not. That's what I'm talking about. The Kiki Crushers are bringing some attitude with their music. Can Mario and the Great Gonzales respond to that smack talk in an equally satisfying manner? Oh man, that's a spicy comeback right there. Being just go real. You guys talk big for being such trophies. Us, we are so fly. We are literally on another level. Oh, 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 oh. This is absolutely vicious. Man, can we even show this on television? This level of trash talking? Crash talking? This is brutal. It's as if he molds every world into a beautiful combination of crushing smack. Mario! Mario, the shunt cries people you are witnessing a Lilik in the art of smack talking. Hey! You may think you're the stuff, but our stuff, um, you haven't seen our SuperSkilljet. Yeah, the bro is right. When our song comes on, we have an unstable formation. Well, you just hear it from the Koopa's mouth. No backing down. Let the battle for region control begin! Let's go! Es geht los, liebe Freunde. You recycled CD-Changer. The only way to get the Cutty Crushers out of their special formation, is to change the music. Use this item unlimitedly to break their rhythm when they're cursing. Yeah, I wouldn't say shit, would I say, right, friends? That's why we're directly on the Ultra Jump. Let's go! Spinning Formation, cue the music! Please save the music and Kurimhami for such a normal life. Woohoo! 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 Woohoo... The level it will be the game I can stop trying and determine? Will you fight before me? Yeah, yes, yes, for skill at the level. The niveau is amazing, character is amazing. It's insane to see you who Allegiant data. But if you do, you need to reach it when there are HP-as... Yeah, well, there get any other. Das Match wird an uns diesmal gehen, Freunde. Ich weiß, was wir machen, Freunde. So, erstmal drehen wir euch den Saft ab und Luigi führt noch einen Ultra aus. Das ist so geil, Leute. Oh ja, der Eingriff ist noch irre stark. Yahoo! Ab, 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 ab! Sehr schön, der erste ist down. Let's go! Scheiße! Let's go! Spinning Formation, cue the music! Ich bin jetzt der Gאung. Ich bin jetzt der Gאung. Ich bin jetzt der Gאung. Dann soll ich Bound. Drei, vielleicht mal. Ich bin jetzt der Gאung. Ich bin jetzt der Gאung! Die Gäuzele. Ich habe doch viel collaboriert. Sehr schön, der zweite ist down. Der dritte. Hui, und der vierte. Oh, dudes, we lost, straight compotlet. It was like we were the ones getting shot. Can that even happen? So, what now? I'm taking you all out for ice cream. Sweet, sis. That's very sweet. Geschafft, Freunde. You gained control of the Coffee Crusher's region. Coole Sache, Freunde. So, now I have a little bit to do. So, let's do this. Mm-hmm. Klasse, okay, das passt jetzt soweit wieder. Okay, Timer läuft noch. So Freunde, machen wir uns mal auf ins nächste Gebiet. Moment, ich muss kurz mal was schauen, liebe Freunde. Weil hier gab es auch noch einen Shop für uns, vielleicht gibt es da auch gutes Equipment. Alter, ja ist doch gut. In jedem Fall werde ich noch mit Gebiet Nummer 2 anfangen, liebe Freunde. Ah, perfekt, hier sind wir richtig. Ich muss gerade nur den Shop einmal finden, wo ist er denn? Hier. Ja. 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 Das war's für heute. Also für Luigi hat sich das auf jeden Fall gelohnt, Freunde. Lass uns verschwinden. Genau, Luigi hat jetzt mehr Death und mehr Power. Ne, das ist wirklich klasse, Freunde. Ich weiß auch schon, wo wir als nächstes hingehen werden. Ich hab gesehen, es gibt hier auch Geister, aber die würde ich mir gern zum Schluss aufheben. Was bedeutet, liebe Freunde? Ich begebe mich erst mal hier hin. Dun, dun, dun. Es sieht aus, dass Mario und der Great Gonzales infiltraten die Motorrad-Base. Boah, ich muss auf jeden Fall dringend Items kaufen. Sofern wir das dürfen, liebe Freunde. Ist das hier nicht der Ort mit diesem komischen Shy Guy und den Kanonen? Ja, ist es. Oh, je. Oh, je. Na, mal sehen, ob du stark genug bist, das zu widerstehen. Oh, je. Das war's für heute. Aber was ist hier vorne? Ein kleiner Secret Room. Ja, wir haben noch kurz Zeit, ist gerade mal erst die Hälfte so rum. Ja, ruhig weitergehen, Mario, alles gut. Die Frage ist, wo gehen wir jetzt lang? Rechts oder nach unten? Oh, wir können nicht nach rechts. Wutty, dann gehen wir halt hier lang. Ähm. Danke. Danke. Diese Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ich schau da später nochmal vorbei. Aber ich muss sagen, ich habe echt Spaß mit dem Tournament, liebe Freunde, und... Zum Henker kommen wir dahin. Haben will... It would appear that the blockade has been assembled. Oh snap! It looks like General Aqua hasn't taken kindly to being invaded, stay turned. I am highly trained in the war tactics of war. No greenhorn was gonna sneak up on me. Normally I would let punks like you escape with a shred of dignity. But this is a tournament. All bets are off. Look and load, boys. I leave you to deal with this vermin. It looks like they are ready to fire openers. You must evade their barrage until their ammo runs out. Dodge the oncoming bullet builds by jumping over them. Press C to make Mario jump and X to make Luigi jump. The longer you hold down the button, the higher they jump. Beware of the delay as they charge the jump. Dodge the bullets builds for 45 seconds. If anyone gets hit, you must restart. Ready? Go! Ready? Go! Go! Ready? Go! Go! alter das ist so schwer leute ich bin so froh dass ich das gebiet jetzt mache ja die dinger die dinger kommen auch wie sie wollen leute es tut mir so leid ich habe doch das war nicht mal my fault rutsch ist nicht gesprungen gibt es timer aber langsam gewöhne ich mich dran freunde konzentration jetzt aber ich hasse solche spielchen wo einer etwas vorwärts ist und der andere etwas hinten mit den kugelbelästern die Oh Dieser blöde Kerl, ey. Wirklich. So kannst du's gut entlasten. Nein, 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 nein. Oh, Mann, ey. Ich werde noch angry hier. Ey, Leute. Wirklich. Ihr glaubt echt nicht, wie schwer das ist. Also, ich bin schon kurz davor, dass du skippen, ey. Das ist so schwer, sich auf zwei zu konzentrieren. Wär's nur einer. Okay, aber mal zwei. Oh, Mann, ey. Ich bin mit Luigi gestorben. 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 Ja, der Timer sagt, wir haben noch ein kleines bisschen Zeit. Wie gesagt, sollte ich das in dieser Folge nicht mehr schaffen. Ich werde euch im nächsten Part einfach den Kleinen-Versuch zeigen. Oder ich bin einfach nur ungeduldig. Ich bin mit Luigi gestorben. Ich bin mit Luigi gestorben. Ich bin mit Luigi gestorben. Das war nicht. Jetzt habe ich sie. Great jumping. It looks like they are out of ammo. Was ne scheisse Leute. Isn't that something? Mario and his sweet mean sidekick, the great Gonzales. Dodge it with ease. I can be you. General Agfa must be getting steamy over this. Maybe he should be called a General Vapor. I don't write this up. I don't write this up. It must have been a real pain in his paratrooper. We'll see how he reacts. Oh yeah! I'm so happy that it's done. And we, I have to play it for a second. I don't have to worry about it. I don't have to worry about it. Okay, there's nothing further. Moment, wartet mal, Freunde. Ist das dein scheiß Ernst? Treppenlabyrinth? Boah, ist das pervers, Alter. Ich hab halt Angst, dass ich hier irgendwas vergesse, schrägstrich übersehe. Also das ist bisher echt mein Hassgebiet, Freunde. Mal ernsthaft. Warum kommt der Typ runter? Was ne Sache, Alter, liebe Freunde. Und wie's hier in dem nächsten Territorium und dem Tournament weiter geht? Das finden wir in der nächsten Folge raus von Super Mario RPG, der Starlight wird. Ciao.